ein wunderschönen und herzlich willkommen zu einer weiteren folge they are billions bis jetzt war es eigentlich ganz ruhig bei uns wir haben hier oben halt immer noch die etwas größere zombie truppe direkt vor dem tor stehen ich hatte jetzt gerade mal ganz kurz hier durch geguckt weil ich habe überlegen war vor die aufnahme gestartet ist wie mache ich was und ich würde halt gerne das bauen ganz kurze erklärung nur dafür fehlen arbeiter und energie dann habe ich geguckt wenn ich arbeiter baue fehlt mir nahrung und für nahrung fehlt mir quasi ein richtig gutes einkommen hier unten würde ich 14 bekommen noch mit einer fischerhütte ich wollte hier jetzt aber deswegen habe ich da gerade durchgeguckt habe ich ja gesagt dass ich mir das mal anschauen werde was man da so machen kann wollte ich mir hier gerne nicht die ballista holen sondern die farm erforschen einfach nur damit der nahrungsfluss gesichert ist ich mach mal play und werde mal die forschung anwerfen das hat mich jetzt gold gekostet das dauert auch ziemlich lang okay süden ist normalerweise hier also wenn das norden sein soll die kommen alle aus dem süden mist ich hoffe die tauchen noch auf so ein dreck das habe ich jetzt ja gar mal gar nicht gebraucht shit 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 hier haben wir zwei über da haben wir prinzipiell auch zwei deswegen ziehe ich mal einen da raus ich bin jetzt gerade ein bisschen überfordert als jetzt hier auf einmal die gegner kam ich glaube ich werde hier einfach noch mal tower hinsetzen falls die hier durchkommen ich weiß es nicht mir wurde mal gesagt das wird einem angezeigt also auf dem ich weiß jetzt nicht genau woher die kommen ich werde die mal hier so hinziehen da ok sie kommen von da das heißt meine einheiten können hier hin weil die entweder also die kommen von hier unten das sehe ich nicht auf der map denke die werden hier oben durch vier versuchen durchzukommen nicht hier enden shit ich weiß nicht genau jetzt bin ich gerade minimal nervös könnte sein dass das eine ziemlich kurze angelegenheit wird so so hoffe ja da sind zu viele kann ich aber so machen okay wir versuchen das mal irgendwie so die kann ich hier hinziehen da habe ich schon einen hier habe ich auch jemanden kann die halt nicht überall abziehen sonst kloppen die sich an den anderen stellen durch ich habe keine arbeiter mehr über ah so ein so ein dreck ich glaube ich war zu langsam da unten kommen sie ich habe die befürchtung dass das ein finaler ansturm wird den hier oben kann ich noch rausnehmen ich weiß nicht von wo sie kommen vielleicht auch hier ähm bauern das was wir sowieso wollten da kann ich nicht bauen also wir müssen uns aufs schlimmste gefasst machen Freunde ich hoffe ich hoffe dass wir diesen ansturm überstehen werden aber die befürchtung sagt mir okay research finished wir bauen eine farm nebenbei wofür wir zu wenig holz haben wir haben aber gleich das holz siehste siehste was ich meine jetzt kommen sie von da oben kaum ziehe ich den bogenschützen da weg sneaken die hier durch wir brauchen einfach mehr einheiten und dürfen die türme nicht unbeaufsichtigt lassen ich habe aber ein bisschen mehr zahnschmerzen mit der großen horde wir können unsere farm bauen hier ist ja richtig nett 64 wie setze ich die jetzt am besten am besten planen in 50 42 ähm hier bringt die natürlich am meisten 64 dann kann ich da aber unten keine mehr hinsetzen das plane ich jetzt eben erstmal in ruhe falls wir den angriff überleben wird es ja weitergehen ähm ich glaube ich möchte die erste farm wirklich hier hinsetzen so das tun wir auch dafür brauchen wir dann natürlich später wieder arbeiter keine energie mehr ich glaube wir verrennen uns hier gerade das besser wäre gut du wieder was ok lasst du das sie attacken der kolonien defenzen hm 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 ok ich habe mit mehr gerechnet muss ich gerade mal ganz ehrlich gestehen wenn das der fall ist ziehe ich hier oben den einen Bogenschützen rein dann ziehe ich da einfach den ok wenn das jetzt der ansturm war dann äh so ein bisschen traurig aber gut äh leben wir mit das war wirklich wenig aber wie gesagt ist ja auch ein einfacher Schwierigkeitsgrad ich habe das nur öfter mal gesehen dass das riesen Gruppen sind kann aber auch noch kommen wir sind ja erst bei Tag 17 ich habe auch gehört dass die erste Wave auch wenn man es minimal schwerer spielt als ich das eingestellt habe äh das trotzdem mit ein paar Leuten zu verteidigen geht ich habe da einfach nur ein bisschen Panik geschoben Arbeiter Energie kann ich hier ein Gebäude ausstellen so pausiert Arbeiter Arbeiter werden gefordert Arbeiter werden gegeben brauche ich hier weiter vier Gebäude dran ähm hart am überlegen ähm das nächstes hole ich mir glaube ich das Upgrade für die Gebäude ah hier oben machen wir weiter da haben wir ja schon angefangen so okay wenn das der Angriff war dann freut mich das nehmen wir da ein Bogenschützen raus und ziehen den da rein haben wir den Turm auch verteidigt also da ein da ein da ein da ein da oben ein hier unten setze ich jetzt noch einen rein da müssten wir eigentlich alles safe haben erstmal die Dame hier oben die soll ja nur so ein bisschen was kleeren wenn ich die jetzt reinsetze könnte das gefährlich werden werden wir natürlich tun ich bin gerade außerdem gegen das Mikrofon gestoßen aber noch nicht direkt wir brauchen Strom 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 können wir nicht zu nah dran setzen bauen wir den da hin okay die ist einen sehr komischen Weg gelaufen da habe ich mich gerade nur erschrocken weil das da unten rot aufploppte so das haben wir wir können mal kurz gucken wegen Research ähm traps tower glaube ich würde den Mark gerne ähm ich finde die Ballista klingt aber auch geil ich werde die Ballista einfach mal skillen ich weiß nicht was da auf uns zukommt dafür brauchen wir natürlich Eisen das können wir noch nicht abbauen das ist so aber auch erstmal kein Problem die Gegner kommen von allen Seiten aber nur vereinzelnd so jetzt haben wir Strom jetzt habe ich vergessen was wir machen wollten äh ne noch ein Militärgebäude nicht das ach ja stimmt wollten eigentlich das Warenhaus bauen um unsere Produktion zu erhöhen steht halt immer doof im Weg ne ja natürlich fast geschickter hier oben ne mach das mal ganz kurz weg ne Farm werde ich hier eh nicht hinsetzen und das geilste wäre natürlich hier mittig irgendwo rein aber das habe ich versaut hier ist es halt am platzsparendsten da haben wir auf jeden Fall Essen, Holz und Stein wobei Stein brauchen wir nicht so unbedingt ups geht nicht ah da kann man wieder nicht hinter gucken wir werden mal ganz kurz noch ein bisschen Mauer ziehen so wir hatten nämlich so viel Holz auf Lager und da kam halt auch schon kam auch schon direkt was was wieder durch ähm das lasse ich jetzt nebenbei ein bisschen ein bisschen weiter laufen Defense, Energy Construction naja gut wir kriegen das Gebäude jetzt fertig Gegner kommen näher auch hier oben ich möchte halt möglichst schnell da bin ich jetzt mal gespannt was ist das hier wahrscheinlich Verteidigung ne kann ich die jetzt aufwerten ich habe doch jetzt glaube ich bin gerade ein bisschen ein bisschen Banane lassen wir das mal wir werden hier aufwerten dass wir unsere Gebäude upgraden können da oben will ich halt noch keinen reinsetzen dafür haben wir einfach zu wenig Einheiten um irgendwie einen Ansturm verteidigen zu können Holz 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 haben wir jetzt gerade wieder ordentlich sehr gut wir haben jetzt mehr Holzlager mehr Goldlager die Produktion ist erhöht 70 also um Nahrung muss ich mir jetzt gerade im Moment keine Sorgen machen da haben wir wirklich richtig was auf Tasche Arbeiter werden auch ganz cool wieder so okay aber es wird dir kostet doppelt Ja, wenn der Research durch ist, ich möchte halt echt wissen, wie ich hier an Eisen komme. Ach, da hier. Da ist es. Eine Great Ballista. Steht, äh, ja gut, da steht jetzt erstmal nur einen freien Platz wählen, aber hier steht, greift nahe Gegner an. Und schießt große Pfeile. Das ist natürlich relativ groß. Also, nicht der Radius, aber das Teil können wir hier jetzt natürlich nirgendswo hinsetzen. War vielleicht ein bisschen ungeschickt. Aber die könnte ich hier reinsetzen. Stein brauchen wir dafür. Ha, guck. Ich hab keine Ahnung, ob das Ding gut ist oder nicht. Ich weiß es nicht. Jetzt können wir upgraden. Wir machen das mal. Dann entwickeln wir hier, wenn wir dann die Kohle haben, den Markt. Der erhöht... Oh, das sieht geil aus. Das sieht geil aus. Das sieht wirklich schön gemacht aus. Den Einwohnern. Das finde ich cool. Das finde ich wirklich... Ah, die Ballista hat wirklich... Ach, da oben. Hier kommen da so viele angelaufen. Hier vielleicht auch noch eine Ballista hin. Hier ist natürlich eine Kackposition, ne? Kann die nur direkt nach vorne schießen. Ah. Ah. Ob die jetzt so dringend sind. Oder ob ich mir damit voll was verbaue. Was kostet die denn? Hier sind zwei Arbeiter. Zwei Energie. Holz und... Oh, Gold. Das ist teuer. Ähm. Ah, die sollten da oben... Wenn da jetzt nicht noch viel mehr nachkommen, sollte der Bogenschütze damit fertig werden. Es kommen auf jeden Fall immer mehr Gegner. Von allen möglichen Seiten. Jetzt holen wir uns den Markt. Ja, das ist weg. Und wir reparieren. Ja, geil. Oh, keine Energie mehr. Vielleicht doch nicht so geil. Äh. Gold. Ah, kriegen wir alles hin. Kriegen wir alles hin. Es ist ein... Doch, ähm... Ich weiß nicht. Ich hab manchmal so ein bisschen das Gefühl... Ich weiß nicht, ob ihr das Spiel noch kennt. Von... Von... Von damals. Als ich noch jung war. Äh, nee. Es gab ein Spiel, das... Schimpfte sich Baldur's Gate. Das ist so ein... Rollenspiel gewesen. Das war rundenbasiert. Ähm. Hier hat man auch so ein bisschen das Gefühl, durch das ständige Pause drücken. Und... Neuplanen seiner nächsten Schritte, dass das so ein bisschen in die Richtung geht. Also nicht von Baldur's Gate, weil das ist halt ein Rollenspiel, sondern dass das so rundenbasiert ist. Gefühlt. Ist nur mein Gefühl. Könnte mich da gerne von was anderem überzeugen, aber... Ja, das... Wie gesagt, ist so mein... Mein Eindruck bis jetzt. Macht aber das Spiel nicht kaputt. Also... Es stört nicht richtig den Fluss. 40 Stein. Ah, hier könnten wir uns nochmal einen Stein vorkommen, hinzimmern, ne? Wenn wir... Die Energie haben. Also wir wachsen jetzt gerade ziemlich schnell. Auch wieder nur vier Steine, ne? Gut, müssen wir aber leider alles machen. So sieht's hier aus. Ähm... Nächste Schritte. Wieder reparieren. Wir haben auf jeden Fall viel Holz. Guck mal, Research. Ich könnte hier die Spikes... Sniper könnte ich auch entwickeln. Ah, basiert auf Steinmaterial. Das heißt, ich könnte mir vorstellen... Also, wenn wir das dann haben... Ähm... Könnten wir... Vielleicht eine Eisenmine bauen. Weil dann können wir uns auch die besseren Soldaten bauen. Das wäre halt schon geil, ne? Also, ich finde die Bogenschützen ganz cool. Die haben auf jeden Fall eine große Reichweite. Aber so richtig Schaden machen die ja nicht, ne? Wenn man sich die hier so... Äh... Anguckt. Ich habe jetzt, glaube ich, keinen einzeln irgendwo rumstehen. Das ist schon immer witzig, ne? Dass die... Die auch so verschiedene Profilbilder haben, möchte ich mal sagen. Ah. So ein bisschen Snapchat. Hallo! Und, äh... Könnte... So, und wenn wir jetzt gleich irgendwann die Kohle haben, holen wir uns den Markt. Den, äh... Ich natürlich in der Industrie finde. Stein kriegen wir... Langsamer als Gold. Stone Workshop. Ach da, jetzt können wir uns noch ein neues... Ja, geil! Noch ein neues Gebäude bauen. Cool. Ähm... Wir brauchen wieder Energie. Alsbald... Setze ich, glaube ich, hier hin. Immer so in diese doofen Ecken. Wo man sowieso nicht so richtig gut hin platzieren kann. Ich hatte ja gerade schon gedacht, also muss ich nochmal kurz zurückkommen auf die... Die Horde, die da kamen. Da habe ich schon gedacht, hui, 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 das wird hart werden. Aber die war so klein. Das war doch nicht das Riesenproblem. Weil sobald wir diese Soldaten haben... Traue ich mich vielleicht auch, hier die Türme zu besetzen. Dann könnten die das nämlich auch gut verteidigen. Da brauchen wir natürlich wieder Arbeiter. Und Arbeiter, dann brauchen wir wieder Essen. Etc, etc. Ein endloser Kreis. Ach, ich kann die Gebäude jetzt auch direkt bauen. Ha, cool. Da habe ich gar nicht drauf geachtet. Kann die auch überlappen lassen? Dadurch verliere ich nichts an Ressourcen. Das finde ich ja gerade mal irgendwie interessant. Das wusste ich nicht. Nee. Was? Der hier oder was? Der aufgestiegen oder? Ah, nee, der hier. Ist nun Veteran. Geil. Das heißt, mehr Schaden und so ein Kram? Cool. Oder was auch immer. Ich war trotzdem gerade dabei, die Farm zu platzieren. Das werden wir auch nochmal eben tun. Ja gut, die würde ich hier halt gerne hinsetzen. Wegen dem Bereich. Dann wäre die noch... Ah gut, hier unten wäre sie auch drin. Aber hier ist halt zu sehr Verschwendung. Tesla Tower. Machen wir so. Erstmal den Tesla rein. Oh ja, die schießt auf jeden Fall besser. Der müsste auch bald aufsteigen, wa? Sieht man nicht, oder? Doch, da. Erfahrungspunkte. Alles klar. Das finde ich gut. Wir haben schon wieder Holz voll. Was mache ich denn da? Noch mehr Mauern bauen? Hätte ich natürlich die Spikes entwickelt. Könnte ich da ja was tun. Ich kann hier oben mal... Ah, okay. Da geht's nicht. Ich würde da ja gerne noch eine zweite Reihe Mauer vorsetzen. Sollte reichen. Die Farm. Finde ich gut. Sieht schon witzig gemacht aus. Natürlich, die stehen oben drauf. Liegen da so ein bisschen. Ich müsste doch jetzt bald... Es fehlen nur noch zwei Steine. Nur noch zwei Steine. Das ist aber kein Problem. Das kriegen wir auch hin. Und Arbeiter. Deswegen habe ich die Gebäude aufgewertet. Arbeiter brauchen wir ziemlich viele. Äh, falsch. Da. Upsa. Alles klar. Das Upgrade. Eisenreserven plus 40 oder Steinreserven plus 80. Also wahrscheinlich das, äh... Maximum erhöhen. Also ich würde jetzt fast pauschal sagen, ich nehme Eisen. Ach, 40 dazu. Ah, wie geil. Loch läuft. Egal, ich werde trotzdem erst die Sachen bauen, die ich bauen will. Ähm, das könnte ich ja hinsetzen, wo ich will, ne? Das hat hier keinen... Boah, das sind Riesenteile. Also muss ich mal gerade so in den Raum werfen. Da haben wir jetzt natürlich zu wenig Arbeiter. Da können wir uns einholen. Energie haben wir noch ein bisschen. Essen auch. Leute, Leute, Leute. Das wird richtig rund. Nein, gut. Ist auch noch einfach. Aber, ähm... Ich habe halt, wie gesagt, nur... Empfehlungen gelesen. Und da wurde halt gesagt, fangt lieber erstmal einfacher an. Ihr braucht sowieso mehr Anläufe. Ja, habe ich gemerkt. Da kommen auch gar nicht wenige oben. Also... Muss ich gerade mal sagen... Das dauert lange. So ein Soldaten herzustellen. 40 Stein, das dauert noch ein bisschen. Acht Arbeiter. So, machen wir das. Wir brauchen bald wieder Strom. Gold, 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 gold. Ich glaube, das nächste wird wirklich der Markt sein. Ich weiß jetzt nicht, wie groß der ist. Das kann ich so auch nicht nachgucken, oder? Doch, steht da. Ne, Watch Range. Workers. Gebt mir die drei. Dann packen wir... Ich glaube, dann versuchen wir es hier oben mal, die da reinzusetzen. Auch wenn es ein bisschen in die Hose gehen könnte. Dann machen wir vier. Dann haben wir einen Tower voll. Nehmen wir am besten den hier, würde ich fast sagen. Packen wir vier rein. Da den Bogenschützen. Und dann sollen die mal kommen. Ich weiß auch nicht, was da oben ist. Vielleicht ist das auch wirklich nur so eine kleine Gruppe. Keine Ahnung. Wir spielen auf jeden Fall schon ein bisschen schneller. Das ist am Anfang sehr träge, das Spiel. Und da... Jo, alles klar. Hier gibt es auch eine Million Sachen zum Aufwerten. Steinhäuser. Powerplant. Bank Building. Blablabla. Ah, okay. Damit erhöhe ich das Gold, was produziert wird von den einzelnen Häusern. Okay. Ach Gott, bin ich geistig behindert. Entschuldigung für die Ausdrucksweise. Ich lese jetzt gerade bei dem Gebäude, dass er Stein, Eisen und Gold von umliegenden Mineralien absammelt. Ich dachte immer, ein Query wäre ein Steinmetz. Und nicht einfach nur sowas wie Bergbau. Das heißt, wir könnten den hier hinsetzen und würden Stein und Eisen bekommen. Nicht viel. Hier oben aber auch nur vier Eisen. Leute, 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 Leute. Was soll ich mit meinem Leben nur anfangen? Oh Gott. Was anderes fällt mir dazu gerade nicht ein. Außer... Oh Gott. Hier oben können wir noch einen Generator hinsetzen. Können wir sowieso nicht... Kommen hier sowieso nicht rein, die Gegner. So, vier Leute sind da. Okay. Unspektakulärer als gedacht. Ich muss ein bisschen wieder die Ressourcen im Auge behalten. Ich könnte ja dann auch quasi aufwerten. Steinwall. Das hätte auch was. Ich bin aber noch nicht mal mit den Holz-Upgrades fertig. Ich... Oh, genau ein Gold über. Und dann würde ich fast auf die Bank sparen wollen. Muss ich mal so sagen. Also ich muss natürlich die... Zelte gleich immer schön aufwerten. Darf ich nicht vergessen. Ah, kostet halt immer Gold. Ähm, ich zieh mal hier die Leute raus. So, da kriegen wir doch das... ...kleine Übel hier gecleared. Oh, hallo. Sind schnell gewesen. Die Gegner kommen... Ah, ich hab grad schon gedacht... Was, 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 was? Da... Ich hab grad gedacht, hier wär einer drin. Oder so. So klang das auf jeden Fall. Sie kommen aus dem Süden wieder. Könnte wieder hier unten sein. Gut, jetzt haben wir hier oben gerade... ...Gegner, die wir eben cleanen müssen. Das blinkt ja gleich auf. Und dann wird hier was gesagt und fertig. Aber die kommen von allen Seiten. Ja, sie kommen wieder von unten. Ich werd mal alle Einheiten von hier oben rausziehen. Und nach da unten schicken. Können uns Sniper bauen. Jetzt kommen die aber auch im relativ... ...zügigen Takt. Ähm, vielleicht zieh ich die Sniper direkt hier runter. Ja, hier nur einen Tower, ne? Kommen die Gegner... ...500 Gold. 800 kostet der Mark. Ich hätte natürlich gerne Steinmauern, ne? Ich glaube, die kommen wieder über die... ...gleiche Seite. Ich denke auch nicht, dass es wieder so richtig viele werden. Aber gut. Sicher ist sicher. Da kommt der Sniper runter. Der rast quasi... ...durch unsere Bevölkerung durch. Na, komm. Wo sind sie? Okay, das sind auf jeden Fall schon mal mehr. Jetzt immer noch kein richtiges Problem. Muss ich gerade mal sagen. Aber... Oh, doch. Die schlagen sich da gut durch. Freunde, Freunde, Freunde. Okay, wir brauchen mehr Einheiten. Gut, dass man pausieren kann. Ich baue mal eben kurz... Okay. Ähm... So. Jetzt ist der verbunden. Dann bauen wir das doch nochmal wieder zu. Höhöh. Hm? Hm, hm. Was machen wir? Was machen wir? Was machen wir? Wir haben hier Sniper. Ich glaube, wir werden jetzt... ...gleich mal... ...hier oben ein bisschen erkunden gehen. Oh, sind die langsam. Vielleicht gehen wir hier unten erkunden. Das ist ja schrecklich. Raus mit euch. Wir haben... ...super viel Holz. Ähm... Oh, warte. So. Weil wir hier... ...Bank erforschen wollen. Zack. So machen wir es. Hervorragend. Gut. Mit Ende der zweiten kleinen Horde... ...würde ich mal... ...jetzt so sagen... ...und der Entwicklung unseres Dorfes... ...was wirklich... ...meiner Meinung nach... ...genial ist... ...sind wir am Ende einer Folge angekommen. Wenn es euch Spaß gemacht hat, zuzuschauen... ...schreibt unten gerne was in die Kommentare rein. Lasst es mich wissen. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge von... ...They are Billions wieder. Bis dahin. Beste. Beste. Beste.